hallo mein lieben zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren folge dalek mod ja ich war auf cam noch ein bisschen unterwegs habe ein bisschen zuckerrohr geholt durch den sand dazu und einen wassereimer das wir hier auch unseren eigenen zuckerrohr anbauen können außerdem habe ich noch ein paar kühl getötet, ich habe dadurch auch leder bekommen das heißt wir können jetzt Ripper's Diary machen endlich warte mal wir brauchen hier kein zuckeröl äh 3 papier wenn ich ja genau 3 papier dazu ein leder haben wir ein buch ein buch äh so haben wir wieder das diary perfekt das brauchen wir jetzt nämlich um das ist gut jetzt können wir nämlich zufällig zu einer bestimmten person werden die ich in ordner reingepackt habe kann sein dass wir kommen jetzt scheiße aussehen werden kann sein dass auch schön aussehen werden wer weiß stand hier nicht vorhin noch wissen drauf ähm ok jetzt wird ein bisschen befragt naja ähm ja auch rechtenscheiden so schlafen wir mal wir fliegen gerade eher so ich schlafe das monster in der nähe du bist doch kein monster ne 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 siehste ok also wenn wir jetzt sagen landen wir mal wobei wir jetzt alles wegpacken was wir noch haben und kommt rein verkanium und dia stimmt was machen wir jetzt mit dem dia haben wir auch nicht zu früh gefunden da ist nicht gegen den apfel aus ähm mobjob 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 so war es hier hin, lehler dazu, noch ein steel angles, gohle haben wir auf jeden fall noch hier kommt nicht blöcke rein, also jo, passt schon, würde ich sagen, gehen wir mal raus, gehen wir mal raus wo sind wir denn jetzt gelandet, ich habe randomizer benutzt und? in der overworld, ok ach ne, nicht die klassische overworld, sondern die z tut es mir weh? ne ne? ok, gut ah ja, wir sind irgendwie auf so einer insel, perfekt nur das was ich wollte ach ja ist das normales holz? jetzt bin ich überfragt ah, hey, 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 hey ich hab dir nichts getan, alter chill doch mal ok, hier sind auf jeden fall daleks und santa rana noch irgendwas, dass ich nicht wisse? was ich nicht weiß ich kann nicht reden schon wieder das ist einfach ne große minecraft oh, uds die tun mir mal nicht weh, oder? doch, die sind aggressiv, geil moin oh, welchen schaden machst du? ein halbes herz, ok wir haben schwäche ok, gib ihm alle ammo, das ist gut relativ gut ja, welch hütt ja, welch hütt das war auch für eine normale mei gefällt nur was krass hier aussieht wenn es aus der a1.2 wäre, oder so eieieiei ok, warte warte denn warte irgendwas ist da irgendwie was bliegt da ne cyberthrohne ne cyberthrohne warte, ich krieg sie voll nie aus halt still, du blödes bies weil das lässt alles um dich herum explodieren das ist immer zu mies warte, wir wollen uns nicht mit dir anlegen geh zu mir oh mein gott ich will dich gegenseitig töten wir stehen nein, sie ist ja nicht weg du fett doch stehen, alter sie darf nur nicht näher kommen kommt sie näher? aber ich sehs nicht die wolken sind davor ich muss noch still die wolken ausmachen warte die wolken sind aus was ist das dann? ich hab ja irgendeine große explosion von oben kommen ne, dann weiß ich bescheid Schleim wo kommst du denn her? oh also hier hätten wir Schleim, geil hallo ja, vielen Dank, dass ich jetzt die Schleimwelle kriege da rufe ich jetzt keine mehr drauf auch geil auch geil mit der cyberthrohne, ne okay, ähm aber anscheinend ist ja alles ruhig bis auf diese böse selber ja, mit geschossen hä? hä? oh, moin! äh, aua was ist denn denn? ah, das ist echt ein Job, dankeschön ja, aber sonst ziemlich normal würd ich sagen oh guck mal hier sind diese ja ja ihr seid überhaupt unnüt irgendwie dumm, oder? ne? doch, ne getugelt oh das ist ein cyberman mit zwölf mit zwölf sollte ich die eigentlich daumen kriegen mit zwölf sollte ich die eigentlich daumen kriegen ich kühle einen da der imperator auch geil sind die hier zufällig gespawnt oder wie sind die hier hingekommen? hat irgendwas gejobbt der eine? oh, äh, ähm hier ist nicht nur einer, hier sind drei stück vier ähm fünf was? ähm ok Leute, das wird hier das finale battle, alter fünf dalek imperatoren, jeweils aka zehn daleks ach du heilige waypoints wir machen hier, ähm invasion at new scheiße ok wir müssen uns jetzt komplett für diesen camp aufrüsten ähm wir brauchen alles was wir haben also erstmal packen hier schleim rein, so tipp 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 äh, wir das schaffen ist jetzt echt die frage äh, ich glaub nämlich nicht wir haben einen blaster der ist gut ähm, das schwert ist auch relativ gut das haben wir auch fressen ich muss, ich brauch noch mehr ich brauch noch mehr mit den effekten ok, haben wir genug das mach, ob ich jetzt auch welche bekomme ja, perfekt, ok pff pff Leute das wird der größte Kampf aller Zeiten gestern sollten wir uns vielleicht mal kurz voll essen wait ähm ähm ja Leute wir haben ein Problem äh was ok 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 naiin scheiße waypoints wir müssen immer 0 Ach du Scheiße, man kann jetzt in Tades in der Tade spawnen, oh ne. Dumm. Ach je, ok, also welchen nehmen wir zuerst vor den ganz linken würde ich sagen, ne? Joa. Wir müssen uns abschaffen den großen Typen zu... Es sind 6. Natürlich. Natürlich, ich mach... Ne, ist ja nicht so der... Wie viele Zahlen sind da drin? Oh nein, ich hab ja nicht gesehen, oder? Das einzige was helfen könnte, wäre ne Bazooka. Oh hier sind die Leute, moin. Oh, das sind die durch die... Oh, es... Ok, hier sind... Gute Menschen. Hm... Unit... Launcher... Ok, brauchen wir TNT. Steel haben wir. Steel... Okay, gut. Das haben wir alles. Ne, TNT haben wir nicht. Verpack... Ähm... Das heißt, wir müssen kurz in die Overworld... Und uns ein bisschen Sand besorgen... Guck mal, hier sind es auch irgendwie ein anderer RPG... Guck mal, hier sind es auch irgendwie ein anderer RPG... Geil. Ok, wir müssen also jetzt auf die normale Welt... Und holen uns Sand. Wir brauchen Sand, wir brauchen Sand, wir brauchen Sand, Sand, Sand... Ah, jetzt kann man nicht mehr ganz schnell das drücken... Das finde ich gut. Ich hoffe nicht hinter einer Höhle. Nö, hier ist gut. Und direkt bei seinem Perfekt. Kann ich das eigentlich schmerzen lassen? Ich kann es direkt zu Glas machen. Wie geil. Gut zu wissen. Muss es nicht mehr schmelzen, aber ich brauch dann äh... Fischen-Zie-Pack-Ecks. Ja, jetzt müsste ich mir nur ein Haus aus... ...Sand bauen. Und dann kann ich das einfach mit Glas machen. Und wir brauchen zwei TNT, reicht das? Ja, sollte reichen. Gunpowder bräuchten wir noch. Kann ich jetzt Schnee denn schmerzen? Was ist mit dem Gras? Eigentlich wachsen, das ist nicht schade. Und ein Kaninchen hier? Hm. Rinn hier! Hallo? Rinder. Ach man. So, ähm... Okay. Gunpowder brauchen wir. Gunpowder? Gunpowder. Wir hatten doch rechts, oder nicht? Seid nicht hier, ich hab's weggeschmissen. Oh Leute, ich will die Folge doch heute nicht unnötig lang herauszögern, tut mir echt leid. Ich brauch das. Das ist echt scheiße so. So. Dankeschön. Jetzt noch mit Gunpowder. Ach Gott ey. Wir brauchen nur noch hier Stahl. Den Teacraften wir uns. Und dann elektronische Teile. Perfekt. Puh. Wird er nur zwei Schuss haben, oder mehr? I don't know. So, äh... Ah, genau. Falschum. 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 Und zwar jetzt sollten wir... Willkommen machen wir den auch noch. Und jetzt bitte... Dankeschön. Perfekt. Okay. Wir sind gut gewappnet. Wir gehen zur Invasion. Oh, und wie es geht raus. Okay. Also, wie viele Schüsse haben wir damit? Ist die Frage. Mit den Schüssen können wir wie viele da nix töten? Okay, der Typ. Alter. Okay, er sieht gut aus. Muss ich nur noch mitten in sein Gesicht ballern. Pack die Headboxes da unten, ne? Habe ich ihn? Lange nicht. Oh nein, da. Der bleibt weg. Fern von mir. Noch m Schuss. Alter, wie viel hält der denn aus? Aua. Ich hab mich selber sehr stark geschwächt. Ja komm schon. Nein, das geht wirklich von der Ammo ab. Fuck. Erobertet mich, ich bin ich zum Glück. Ganz schön verwackt, weißt du schon, ne? Oh Gott. Wahnsinn. Oh nein. Fuck. 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 Renn. 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 Okay, Leute. Wir schaffen das nicht. Das ist zu viel. Ich bin stärker als er jetzt. Oh fuck, wir müssen weg. Nein. Nein. Oh fuck, wir müssen weg. Oh fuck, wir regenerieren. Wir regenerieren. Oh Leute. Wir sind weg genug weg. Wir regenerieren. Ah. Wir haben einen anderen Skin. Ah ja, wir sind der 11. Doktor. Geil. Ah ja, wir sind der 11. Doktor. Geil. Ah ja, wir sind der 11. Doktor. Geil. Was? Das sind anpassen mit mir. Oh ne, sagt nicht, der hat dir drunter. Schlafanzug, an was. Warte mal. Erstmal kurz ein paar mehr Flutcubes. Irgendwie ist es lustig. Ich will nicht die Ola anziehen. Du, jetzt sind wir unsichtbar, das wollte ich gar nicht. Aber naja. Okay, die Invasion kriegen wir nicht hin. Why? Das sind zwei große. Eigentlich sind es sechs, aber... Ich hab ihn, oder? Nee. Stieb doch an, du Bastard. Alter, wie viel hält der denn aus mit einem Raketenwerfer? Ich bin doch unnormal. Ich bin unsichtbar. Ich kann mich eindeutig nicht sehen. Doch, tun sie. Lass mich. Fuck, nein. Wir sterben, wir sterben. Oh, nein. Wir haben zugegeben, noch mehr Ammo. Komm, noch ein Schuss. Nein, wir regenerieren schon wieder. Fuck. Nicht gut, nicht gut. Wir verlieren jetzt vor der Regeneration. Wow. Hier sehr viel, wenn ich unsichtbar bin. Oh, ich hab kein Plan, wie ich jetzt aussehe. Wobei, ich sehe es in drei Sekunden. Oh, ich bin immer noch der. Alles gut. Ich hab zufälligerweise wieder den ausgewählt. Immer noch der elfte Doktor. Es sieht geil aus, ne? Aber... Gut, Cubes essen. Ich hab wieder stärker, ne? Wir haben noch einen Schuss, okay. Ey, ich weiß nicht, wie viel dieser fette Typ da aushält, ne? Das ist unnormal. Und wir haben sechs von denen. Wie sollen wir das bitte schaffen? Ich hab ihn immer noch nicht. Wie? Nee, schaffen wir nicht. Oh, 100 Schüsse. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Alter, Leute. Nee, das ist so wie unmöglich. Der hält fünf oder sechs Raketenschüsse aus. Nee. Nee, der müsste uns hier geschlagen geben. Aber wir haben ein neues Outfit. Jo. Machen wir hier, komm. Machen wir uns gut schaut. Jo. Leute. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden auf jeden Fall... Ich guck gleich, ob wir irgendwie noch was anderes Schönes hinkriegen. Eigentlich haben wir das Projekt so gut wie... durch. Weiß noch mal, ich hol wieder Regeneration, wenn man nur 9 verbleibt. Oh, das kann man ja ganz leicht ändern. Wenn wir einfach 30 Sekunden hier reingucken. Dann kriegen wir eine. Aber warum ist das so verbuggt? Mann, das sieht doch scheiße aus. Gucken wir eben jetzt die 30 Sekunden noch rein. Bödes Bett, Alter. Sie ist so wunderschön. Steht da hinter irgendwas? Vielleicht die Wand oder so? Das kann sein, dass wir zu weit vorne stehen. Da probieren wir gleich mal. Komm, wann kriegen wir unsere Regeneration? Nur noch 9. Muss ich so nah davorstehen? Muss ich so nah davorstehen? Wir stellen's einfach gleich mal um. Wahr, ich meine, das ist jetzt nicht off-camp. Oh. Das wollte ich nicht. Wieso droppt das nicht? Okay, Leute. Das ist nicht normal, das ist nicht droppt. Das ist, äh... Das ist wahrscheinlich irgendein Bug gerade. Weil, wer soll, ist jetzt gerade erst frisch rausgekommen. Mann, das ist doch blöd. Was ist das denn? Was ist das denn? Gear. Moose Objekts up and down. Okay. Äh... Was ist jetzt los? Ich seh nichts. Was los? Das ist los. Okay. Passt aber auch perfekt zum Ende der Aufnahme. Wir suchen jetzt nochmal... Wie ist es? Oh, warte. Wie heißt es? An... Genau. Ich stelle uns jetzt einfach... ...northin. Geh jetzt bis noch mal verpackt. Ist einfach wirklich nicht zum Weg stehen, ne? Es ist so... Oh, Mann. Wisst ihr, dann... ...hab ich einen besseren Ort dafür. Hier. Da steht nirgends so was im Weg. So ist es doch perfekt. Oder? Ja, ne? Nice. Wollen wir uns hier nur noch eben das Perfekte raussuchen. Warum konnten das doch auch fähren? So. Ne. 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 Ist in Ordnung. Perfekt. Und tschüss. Jo. Dann sag ich es nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao. Leute. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020